Yippie, yippie, yippie! Es ist geschafft! Nach einem umfangreichen Umbau präsentiert Möbel Müller am 14. Juni das brandneue Loft. Hier finden Sie ab sofort eine große Auswahl modernster Polstermöbel mit vielen interessanten Funktionen. Beim Kauf einer Polstergarnitur mit mindestens 5 Sitzen aus der neuen Loftabteilung bekommen Sie bis zum 21. Juni 500 Euro für Ihr gebrauchtes Sofa. Ganz egal in welchem Zustand. Das gibt's nur bei Möbel Müller in Thale. Yippie, yippie!